Musik Hiermit eröffne ich das Verfahren Bill Jones gegen Aaron Mitchell. Die Anklage lautet schwere Körperverletzung und Diebstahl an Bill Jones. Mr. Mitchell, auf was plädieren Sie? Mein Mandant plädiert auf nicht schuldig. Mrs. Neig, was wollen Sie zu dem Fall vortragen? Als mein Mandant, Mr. Jones, am Nachmittag auf dem Nachhauseweg war, wurde er von Mr. Mitchell angegriffen und Mr. Mitchell versuchte ihm seine Tasche zu entwenden. Als mein Mandant dann auf dem Boden lag, klaute Mr. Mitchell ihm seine Tasche und rannte davon. So kann man davon ausgehen, dass Mr. Mitchell schuldig ist, euer Ehren. Einspruch, euer Ehren. Spekulation. Stattgegeben. Mr. Mitchell, erzählen Sie doch Ihre Sicht. Als mein Mandant an dem Nachmittag auf einem Spaziergang war, stieß er mit Mr. Jones zusammen, woraufhin Mr. Jones ihn angegriffen hat. Soldat! Ey, sorry, tut mir leid. So hat sich Mr. Mitchell verteidigt und sein Verhalten ist als Notwert zu meinen. Liegt es nächstes Mal nicht mit dem Falschen an. Außerdem hat mein Mandant nichts von Mr. Jones' Eigentum entwendet. Mr. Klaus, rufen Sie doch bitte Ihren Zeugen auf. Ich rufe Mrs. McCain in den Zeugenstand. Mrs. McCain, haben Sie mit Mr. Mitchell eine Beziehung derzeit? Ja, das haben wir. War Mr. Mitchell an dem Nachmittag bei Ihnen? Ja, das war er. Wissen Sie, wann er wieder gegangen ist? Nicht genau zwischen 16 und 16.30 Uhr. Genau bekam es nicht mit, weil ich mir noch ein Schaumbad nahm. Wissen Sie, ob er eine Tasche bei sich hatte? Ja, einen Beutel. Den Inhalt kenne ich nicht. Vielen Dank, Mrs. McCain. Das war's dann. Mrs. Nay, haben Sie Fragen an die Zeugin? Nein, euer Herrn, ich habe keine Fragen. Danke. Beginnen wir nun mit der Beweisführung. Es gab am Tatort eine Überwachungskamera. Bitte bringen Sie das Video herein. Mr. Jones, was war in den Taschen drin? Mr. Jones, was ist alles deine Schuld? Das war nicht meine Idee, den reißen Trunk zu kriegen. Für deine Schuld, alles deine Schuld. Für alles deine Schuld, alles deine Schuld. Die Pfingster, Drecksack, lassen Sie mich los. Drecksack. Ich glaube, wir sind jetzt in der Verhältnis-Vision. Mann, alles liegt dir. Alles liegt dir. Lass mich los. Mit dir kommen jetzt knapp. Alles liegt dir. Kann ich noch mal? Du musst schubsen! Du musst schubsen! Ich mach das!